Die verschwörungsnahe Szene bekommt aktuell eine Menge Gegenwind. Für Ulrike Gero, Daniele Ganser oder Gabriele Krone-Schmalz läuft es zur Zeit nicht so gut. Den Dreiklang aus Pleiten, Pech und Pannen kann man hier wie folgt anwenden. Kündigung, Ausladung und verlorene Gerichtsverfahren. Doch woher kommt eigentlich dieser Gegenwind? Ihr seid beim Kanal Verschwörung und Fakten und das geht so. Manchmal sieht man an einer Häufung von Ereignissen, dass sie einen neuen Trend ankündigen. Dass Ikonen des Postfaktischen wie Gero, Ganser und Krone-Schmalz auf verschiedenen Ebenen so viel Gegenwind erfahren, ist aus meiner Sicht kein Zufall. Vielmehr zeigt es einen Wandel in der Wissenschaft, im Selbstverständnis, wie man als Akteur in der Gesellschaft auftritt. Was ich damit meine, wird hoffentlich später deutlich. Denn jetzt wird erstmal schmutzige Wäsche gewaschen. Naja, zumindest gucken wir uns erstmal an, was den Dreien so widerfahren ist. Anfangen möchte ich mit Prof. Dr. Ulrike Gero. Die sollten die meisten hier kennen. Habe ich ihr doch schon vier Videos auf dem Kanal gewidmet. In diesen Videos ging es um Gero's Desinformation zum Thema Corona. Was sie jetzt zum Thema Ukraine sagt, kann man sich, ohne ein einziges Wort von ihr gehört zu haben, einfach vorstellen. Ja, genau das, was ihr jetzt denkt. Nun gut, das kann man auch verstehen. Der Rubel muss rollen und die neu gewollene Community will bedient werden. Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Es geht, na klar, um die Kündigung, die Ulrike Gero jetzt von ihrer Arbeitgeberin der Uni Bonn erhalten hat. Als Kündigungsgrund werden Plagiate genannt. So schreibt als eigene Zeitung unter vielen, zum Beispiel die NZZ, Den Vorwurf, sie habe sich während ihrer Dienstzeit einer Universität Bonn fremdes geistiges Eigentum angeeignet, ohne dies als solches kenntlich zu machen, sehen die zuständigen Gremien als bestätigt an. Dies gelte auch für eine frühere Veröffentlichung, die für die Berufung von Relevanz war. Zitat Ende. Offiziell hat das mit ihrer Nähe zu Verschwörungstheorien nichts zu tun. Inoffiziell aus meiner Sicht aber sehr wohl. Erstmal ist es natürlich naheliegend, dass die Uni Bonn Gero loswerden wollte, da sie mit ihren wilden Thesen letztendlich dem Ansehen der Uni geschadet hat. So hat die Online einen Artikel veröffentlicht, in dem genau dieser Vorwurf seitens der Studierenden erhoben wird. Rufschädigung der Uni, insbesondere des Fachbereichs Politikwissenschaft. Es gibt aber noch einen faktischen Bezugspunkt zum Thema Verschwörungstheorien. Wer hat denn eigentlich das Thema Plagiate aufgebracht? Das war nämlich der Politikwissenschaftler Markus Linden, der in drei Artikeln, zwei in der FAZ, einer in der Zeit, detailliert die Plagiatsvorwürfe belegt hat. Hier Zitate von Markus Linden aus den Artikeln. Er schreibt, dass Gero sowohl in ihrem aktuellen Buch, Wer schweigt stimmt zu, als auch in ihrer bekanntesten Publikation, warum Europa eine Republik werden muss, teilweise großflächig von unterschiedlichen Autoren abgeschrieben hat, ohne dies jeweils als Zitat anzugeben. Und weiter, es ist nun also ihr drittes Buch, in dem zahlreiche Plagiate zu finden sind. Kurze Anmerkung, gemeint ist hier Gero's Buch, der neue Bürgerkrieg. Und abschließend dann, diese Großflächigkeit nähert sich dem Guttenberg-Standard. Zitate Ende. Nun wird Markus Linden vielen von euch nicht bekannt sein. Mir ist er aber schon seit langem bekannt, denn er forscht zum Thema, Überraschung, Verschwörungstheorien. Wir haben es hier also nicht mit einem Plagiatsjäger zu tun, der random sich mal Gero herausgesucht hat. Nein, die Kette ist eine andere. Der Mann guckt sich Verschwörungstheoretiker an und hat aufgrund dessen mal geguckt, wie gehen die eigentlich mit der Wahrheit um. Und da ist es einigermaßen naheliegend, bei einer Wissenschaftlerin auf mögliche Plagiate zu blicken. Er selber schreibt dazu folgendes. Mir geht es in diesem Kontext nicht nur um das Aufzeigen des methodisch erscheinenden Plagiierens, sondern vor allem um etwas weit über einzelne Personen hinausweisendes. Um die Bedeutung von Tatsachenwahrheiten für die Aufrechterhaltung einer demokratischen Öffentlichkeit, so wie sie insbesondere Hannah Arendt beschrieben hat. Deshalb habe ich in früheren Texten, neben Stellen in Büchern Gero's, die sie bei anderen Autoren abgeschrieben hat, auch Unwahrheiten aufgelistet, die Gero immer wieder rhetorisch einstreut. Zitat Ende. Die klar kommunizierte Motivation des Politikwissenschaftlers ist es, eben auch Unwahrheiten aufzudecken. Und keineswegs nur Plagiate. Daher kann man aus meiner Sicht den Umkehrschluss ziehen. Hätte Gero nicht so viel Desinformation und verschwörungsnahe Sachen von sich gegeben, hätte Herr Linden die Schriften gar nicht auf Plagiate geprüft. Und Gero wäre immer noch Professorin. Festhalten möchte ich hier, dass ein gesellschaftlicher Diskurs von einem Wissenschaftler angestoßen wurde. Jetzt gucken wir mal auf das zweite Beispiel, Dr. Daniele Ganser. Der struggelt nämlich auch gerade ein wenig, und zwar mit Absagen seiner bezahlten Vorträge. Nürnberg und Dortmund haben bereits abgesagt und weitere dürften folgen. Ähnlich wie im Fall Gero ist es letztendlich die Verwaltung, die faktisch handelt und die Veranstaltungen absagt. Doch wie kommen diese zu ihren Entscheidungen? Auch hier eine Parallele. Der Druck kommt nämlich auch hier, vielfach aus der Wissenschaft. So schreibt die Online. Zitat Ende. Warum überhaupt Osteuropa-HistorikerInnen? Ganz einfach. Sein neuer Vortrag verbreitet Verschwörungstheorien zum Thema des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Der Mann ist ja immerhin Verschwörungsunternehmer und muss damit der Zeit gehen. Ihr findet übrigens zwei Videos auf diesem Kanal zu genau dem Thema. Aber weiter im Text. Ich möchte mit euch mal kurz auf die akademische Karriere von Herrn Ganser eingehen. Trotz des Verbreitens von Verschwörungstheorien war Ganser von 2003 bis 2006 an der ETH Zürich. Dann von 2007 bis 2010 an der Uni Basel. Und dann wiederum mit einem kleinen Lehrauftrag von 2012 bis 2017 an der Universität St. Gallen. In dem Kontext ist es vielleicht ganz interessant, wie ich damals auf Herrn Ganser aufmerksam geworden bin. Und er letztlich dafür gesorgt hat, dass dieser Kanal hier ins Leben gerufen wurde. Ich bin über ein YouTube-Video gestolpert, das von KenFM ausgestrahlt wurde und in dem Herr Ganser zu sehen war, der an der Uni Tübingen sprach. Das Video ist mittlerweile nicht mehr online. Es hatte aber damals, wenn ich mich richtig erinnere, weit über eine Million Klicks. Im Jahr 2018 habe ich diesem Verschwörungsvortrag dann eine ganze Videoreihe gewidmet. Warum erwähne ich das alles? Ich fand daran drei Dinge wirklich erschreckend. Erstens, der Mann hat tatsächlich einen Doktortitel. Zweitens, er spricht an der Uni Tübingen, also wirklich in einer Universität. Und drittens, er hatte so lange Lehraufträge bzw. war an Unis beschäftigt. Wie kann denn das sein, habe ich mich damals gefragt. Und warum gibt es so wenig Gegenwehr aus der wissenschaftlichen Community? Und da sind wir am entscheidenden Punkt. Meine These lautet, dass ein Daniele Ganser in dieser Form heutzutage nicht mehr möglich wäre. Die Begründung dafür liefere ich nachher nach. Lasst uns jetzt erstmal die Sache abrunden und das dritte Beispiel uns ansehen. Nämlich Gabriele Krone-Schmalz. Die ehemalige ARD-Korrespondentin hat eine ähnliche Erfahrung machen müssen wie Daniele Ganser. Ihre Thesen wurden ebenso scharf kritisiert, insbesondere von Osteuropa-Wissenschaftlerinnen. Und dabei ganz vorneweg von Franziska Davies aus München. Jetzt ging Krone-Schmalz damit aber andersrum als Ganser. Ganser ignoriert so etwas grundsätzlich. Krone-Schmalz hingegen beschloss, dass sie Frau Davies verklagen kann. Gesagt getan. Dumm nur, dass dies den Zweisend-Effekt zur Folge hatte. Damit kam nämlich erst so richtig Aufmerksamkeit auf das Thema und es fand eine starke Solidarisierungswelle mit Frau Davies statt. In dem Zuge wurde dann einer breiten Öffentlichkeit deutlich, wie selektiv und lückenhaft die Aussagen der Journalistin zum russischen Angriffskrieg sind. Aber damit nicht genug. Auch vor Gericht heimste Krone-Schmalz jetzt eine Niederlage ein. Und das ist doppelt ärgerlich. Erstens musste jetzt die Gerichtskosten tragen. Und zweitens ließ sich die Wissenschaftlerin Davies eben nicht von einer Klage einschüchtern, sodass die formulierte Kritik weiterhin publiziert werden darf. Auch dieses Beispiel zeigt, dass es deutliche Kritik und Richtigstellungen aus der Wissenschaft zu einem öffentlichen, nichtwissenschaftlichen Vortrag gab. Und damit möchte ich die drei Beispiele beschließen und auf die analytische Ebene gehen. Wie eingangs erwähnt, zeigt sich hier ein spezifisches Muster. Wenn man die Wissenschaft als ein System betrachten möchte, zeigt sich, dass dieses System aufmerksamer geworden ist. Wissenschaftlich unhaltbaren Behauptungen und Verschwörungstheorien wird aktiv begegnet. Spätestens seit der Wahl von Donald Trump und der anschließenden Corona-Pandemie kann man an dem Thema Desinformation in der Öffentlichkeit nicht mehr vorbei. Die Relevanz ist jedem klar. Und es ist kein Nischenthema mehr. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen damit eine andere Rolle an. Nehmen wir das Beispiel Uni Tübingen. Wir erinnern uns, an dieser Uni konnte Ganser unwidersprochen seine Verschwörungstheorien damals verbreiten. Das sieht aktuell ganz anders aus. Wir finden dort einen Vortrag von Professor Gestwar. Dieses ist nichts anderes als ein Debunking-Video zum Thema Ukraine. Das Video Thesencheck, diese acht Behauptungen über den Krieg in der Ukraine sind falsch, hat dabei auch weit über 150.000 Klicks gesammelt. Das ist nicht nur ein bemerkenswerter Erfolg, sondern vor allem eine ganz direkte Wissenskommunikation, fernab von gedruckten Interviews oder Pressemitteilungen einer Universität. Ein weiteres Beispiel liefert die Wissenschaftlerin Franziska Davies. Hier ist ein Zitat von ihr zu lesen. Es ist wichtig, dass sich WissenschaftlerInnen am öffentlichen Diskurs beteiligen. Zitat Ende. Und genau in diesem Zitat sehen wir auch schon das Spannungsfeld. Denn es ist ja offensichtlich nicht selbstverständlich, dass sich WissenschaftlerInnen am Diskurs beteiligen. Sonst wäre dieses Zitat ja ziemlich sinnfrei. Und damit tangieren wir nichts weniger als eine ziemlich alte Debatte über die Stellung von Wissenschaft in der Gesellschaft. Die widerstreitenden Pole kann man vielleicht so aufmachen. Der einen Pole bilden die Positivisten. Die meinen, dass Wissenschaft rein rational betrieben wird und in einer zweckfreien naturwissenschaftlichen Methodologie ihr Vorbild sehen. Den anderen Pole bildet die Vorstellung, dass Wissenschaft als Praxis stattfindet. Wissenschaft kann also gar nicht unabhängig von Gesellschaft betrieben werden. Sie findet in ihr statt, verändert diese und das auch wechselseitig. Um es in einem vereinfachten Bild deutlich zu machen. Die einen sehen WissenschaftlerInnen am Spielfeld dran. Diese gucken nur zu, analysieren und verändern das Spiel nicht. Die anderen sehen die WissenschaftlerInnen auf dem Spielfeld. Diese mischen mit und verändern das Spiel. Bei letzter Vorstellung von Wissenschaft wird man natürlich als Person auch angreifbarer. Viele sagen sich, ich bin ja schließlich Wissenschaftler und kein Aktivist. Der Grund dafür ist recht offensichtlich. Wer aktivistisch wahrgenommen wird, wird als nicht objektiv wahrgenommen gegenüber einem Thema und damit schnell in die unwissenschaftliche Ecke gestellt. Und dieser Vorwurf ist ja auch durchaus ernst zu nehmen. Denn klar kann ein aktivistisches Ziel die eigene Objektivität beeinflussen und zu Wahrnehmungsverzerrungen führen. Noch einmal zurück zu Franziska Davies. Diese stellt das Problem wie folgt heraus. Ich zitiere, Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es aktivistisch ist, was ich jetzt mache. Aber es ist ein Aktivismus, der aus meiner Expertise resultiert und auf meinen Erfahrungen der letzten Jahre basiert. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass WissenschaftlerInnen sich in einem luftleeren Raum bewegen und von einer falschen Vorstellung von Neutralität. Zitat Ende. Und damit möchte ich auf die Kernthese meines Videos zurückkommen. Genau diese Neutralität, die Frau Davies hier anspricht, wurde in der Tat vielfach als Ruhekissen genutzt und stand klaren Positionen zu Desinformation und Verschwörungstheorien häufig im Wege. Wir leben nun aber in einer Zeit, in der politische Konflikte, Wertekonflikte, Einstellungskonflikte häufig über Wissen ausgetragen werden. Und da ist es keine gute Idee, dieses Feld Laien und Unwissenden zu überlassen. Und genau das haben eben auch viele WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler erkannt und mischen sich jetzt stärker ein. Und so komme ich zurück auf Dr. Daniele Ganser. Ich sagte ja vorhin, dass eine solche Karriere heute aus meiner Sicht nicht mehr möglich wäre. Und genau das ist der Grund dafür. Ich glaube, dass der Gegenwind heute viel schneller da wäre und zumindest die reputationssteigernden Stationen an den Universitäten so nicht mehr möglich wären. An den hier genannten Beispielen von Gero, Ganser und Krone-Schmalz lässt sich also eine paradigmatische Veränderung feststellen. Wir bewegen uns derzeit stärker zu dem Pol hin, dass sich Wissenschaft noch einmischen soll, dass Wissenschaft normativ betrieben wird und Diskurse mitgestalten muss. Das ist einerseits zu begrüßen. Gleichwohl muss man es auch mit Vorsicht betrachten. Wenn Wissenschaftler zu Aktivisten werden, dann besteht die Gefahr, dass Objektivität verloren geht. Dies ist ein schmaler Grad. Es darf nicht sein, dass Fakten dann ideologisiert werden und einem vollen Feindschema gehorchen. Wissenschaft muss sich an den Debatten beteiligen, darf aber nicht im Sinne einer selbst erfüllenden Prophezeiung der Verschwörungstheoretiker-Fans Herrschaft reproduzieren. Denn eins ist ja klar, Verschwörungsfans sehen die Wissenschaft ohnehin mit den Herrschenden unter einer Decke. Das ist falsch und muss auch falsch bleiben. Wissenschaft muss Herrschaften und Macht hinterfragen. Sie muss offen sein für neue Thesen und unorthodoxes Wissen. Aber auf der anderen Seite gibt es hier eine klare Haltelinie. Wenn dieses unorthodoxe Wissen herbeigeschwurbelt wurde und keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat, dann muss es auch verworfen werden und als das, was es ist, bezeichnet werden. Verschwörungstheorien und unwissenschaftlicher Blödsinn. Wer jetzt mehr zu den inhaltlichen Widerlegungen zu Krone, Schmalz und Gansa sehen will, dem empfehle ich die beiden Videos auf meinem Kanal. Viel Spaß dabei und danke an meine Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon. Daniel, Marc Platz, Andrea, Thorsten Koschi, Christian, Claudia, Valentin, Chris Schäfer, Julian, Jens, Uwe, Lennon und die Anonymen. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.